so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es das schöne oder den schönen bunten oder das schöne alter bunte kann man nicht lesen da bunte cut 1 set das hat mir der liebe pyro bravas gesponselt und wir gucken jetzt mal was hier alles so schönes drin ist also richtig geile edle mischung wir haben hier viele leslie premium vulkane lufthäulersucker von leslie alte megnuku knatter blitze dann hier auch noch leslie leslie schöne alte strobes drumkreisel und die und ich würde mal sagen es ist einfach gefühlt das halbe future class ist es auch es ist richtig richtig geil aber auch für die idee also props an pyro bravas guckt auf jeden fall mal vorbei und wir fangen jetzt an hier alle aufschlag mit dem alle aufschlag mit den grenades von leslie warte herr pyro stuff props und die drehen sich einfach alle bis jetzt also der eine das war jetzt wo der erste und jetzt machen wir noch ein bisschen aufschlag von den grenades alle das sind die flare grenades und go volle power machen wir jetzt hier die knatter blitze die wohl berühmt berüchtigten knatter blitze ja ok mache ich jetzt mal kurz ein und das ist ja noch schlag hier ja süß ich bin echt gespannt was die können weil ich hatte die selber noch nicht mal gucken ob das ich bin richtig stark also leslie und die fontaine stark ich glaube ich war das top cut 1 sortiment und hier in einem ebenfalls top cut 1 sortiment drin und aufschlag die kacke ja war schon ganz geil ja sag es ok speedy von nico kennt man ja ja und ich zeig euch jetzt mal magic trick weg sind sie was und jetzt sind sie da unten alter hast du das jetzt gemacht ja weiß ich auch nicht das ist einfach pure magie das ist bringlos ich kann auch hier das licht an machen oh alter das ist richtig gut das lassen wir jetzt mal an weil das ist richtig geil anlassen ja hier bitteschön ja top props an die entwickler und guck mal jetzt die nikos trope drei sternen logo das heißt sie könnten noch etwas besser sein die müssen eigentlich noch 40 sekunden wir stellen einfach mal alle vier auf und machen die auch gleich mal so mach ich zwei du zwei er zwei sie zwei erst die zwei ja ok hier haben wir rechts hier macht ja die ging auf jeden fall noch lange wenn sie denn noch alt sind dann sind sie geil okay hydro unite unit us schöne kat 1 von tele ebenfalls aus überlegen predate of heck ist die lehne knatterblitze von moog haben wir zwei weil die will ich mir selber auch mit grauer lunte so dass sie nicht viel sieht hier noch mal knatter wird sie direkt einpacken machen wir zwei machen wir gleich zwei sie sind scheiße mal gucken 3 2 2 was für scheiße ich hätte an ich hätte welche lieber scheiße alter voll geil soll ich hier einfach in der packung machen genau warum greisel ja ne mach einfach gleich alle raus hier alles macht so ein paar einfach nicht mal schalte genau so durch die diese einmal durch luftteile ja einmal Mach mal, mach mal, mach mal, mach mal, wie Daniel gesagt hat. Leg mal deinen Brenner. Leg mal auf den Boden und dann machen wir alle. Mal gucken, ob das klappt. Ja, geh weg. Voll doch! War aber geil. Ja, alle. So wie Schnee. Werkenaufstand. Holz und Wien. Deine Verderberung. Richtig romantisch. So, Johannes, was haben wir hier? Die Jouten EMP aus dem Potato Pack. Genau. Machen wir gleich auf Schlag. Ganz hart. Machst du den ein? Genau. Und Leggo. Here we go. Also bis jetzt richtig geiles Sortiment. Richtig gut sortiert. Shoutouts an Pyro Brothers. Englisch. Leute. Der hat ein bisschen Druck, Alter. Was war mit dem? Tja. Den findest du nicht geil. Aber jetzt machen wir die Brakes. Los geht's. Ah, einer ist in der Mitte noch. Oh, ich hab, äh. Kannst du erleuchten, bitte? Ich hab Wasser auf der Linse. Was hier ist live, äh, in der Aufnahme. Wasser entfernen von der Linse. So. Dürfte weg sein. Hoffe ich, Leute. Wunderschön. Hier haben wir jetzt noch die Destruction Flares. Destruction Flares und die machen wir jetzt auch alle auf Schlag auf jeden Fall. Wenn wir schaffen. Schöne Teile, ne? Richtig geil. Und richtig, richtig geiles Sortiment. Ich bedanke euch auf jeden Fall nochmal an den lieben Pyro Brothers. Pff, leu. Pyro Brothers. Was ist daran so schwer? Äh, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Damit ihr auch nichts von ihm verpasst. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Haut rein und tschau. Bis zum nächsten Mal.